Dies ist eigentlich ein sehr schöner Buchstabe, schwierig zu schreiben. Das G wie Gabel. Schaut ihn euch mal an. Wir haben fast ein O. Wir fangen oben rechts an, machen einen Bogen bis zur Mittellinie, einen Strich rein und nach unten. Manchmal ist auch dieser Strich weg. Dann sieht das G nur aus wie ein Bogen und ein Strich nach unten. Das ist aber auch ein G. Spure mal mit. G. 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 Das kleine G sieht fast aus wie das A. G. Mit einem Bogen nach unten. Manche sagen auch eine Neun, die nach unten geht. Aber es ist das G. 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 G.